hallo liebe leute ich bin bei den graf isaac diesmal jetzt in normalen modus aber schon habe ich in baums schon was wieder neiger hat der hat maus heißt es da ich noch nicht alles freigescheiden habe sowieso wegen fragwürdig das ein herz ich könnte ich nehmen nein ich nehm es nicht nein das ist ein blaues stein ja das war wieder mal was kriege ich aber so kleine kack ich räume jetzt immer wieder hingestellt so hier hast du ja gut wenigstens kriege ich ein wenig bomben hingeschmissen ja das was eigentlich ist ein sehr langgezogener gang wo es dir eigentlich sagen kannst könnte der geheimraum sein ich tendiere zu hier wer ist meine meinung jeder gut dann könnte vielleicht hier sein auch nicht toll kann eigentlich nur noch hier sein nein toll dann gebe ich es auf von dann kann er hier noch irgendwo rum geistern und da abzumessen wo hier was ist ist schwierig aber wir haben einen langen levy der judas hat seine kleinen bekannteren stirren ansatz ja ich habe ihn gespalten das macht sinn nicht speed up das ist schon mal was damit kann man arbeiten damit kann man doch arbeiten soll ich irgendwie zu wenig und zu viel leben hallo hallo ich könnte da rein ich könnte rein aber ich schau mal vielleicht kann mich auch rein sprengen ich habe ich das ganze die ganzen bomben ausgegeben mich idiot naja gut idioten muss es auch geben auf der welt und wir haben ich bin klein hier ich bin so klein ich bin so klein da ist ein klarer stein ich will den haben bombe 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 swing swing damage up täte mir gut blieb spiel mit der mensch auf einer guten party geht auch noch aber ich will den blauen stein vielleicht noch eine bombe ich habe die hoffnung auf eine bombe ich habe temporäre damage aber muss es so sind ja rennt von mir weg ich bin schon schrecklich toll oh super vielleicht kriege ich ein paar münzen das ist natürlich sehr schön könnte ich mir fast schon was kaufen jetzt davon welchen schlüssel hat das ist immer irgendwas lieber monster gib mir damage ab denn ich brauche damage um mich noch schneller zu killen und ein gescheites space item wo noch mehr schaden macht mit das buch naja gut aua nimm mit jetzt bin ich mega klein ich habe gedacht vielleicht poltet es mich in geheimraum rein ich habe auch keine bombe ich habe auch keinen schlüssel das ist mir noch nervig hier nein 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 da ist noch ein feuer ne nein auch nicht auch nicht dann halt nicht dann halt nicht dann soll es so nicht sein nein 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 oh oh nein ganz grässlich heraus sprengt euch einfach in die luft komm tut mir ein gefallen und sprengt euch in die luft sprengt euch in die luft komm sephiroth will es dass ihr euch in die luft sprengt äh spielverderber das ist ein spielverderber na toll da hinten da muss ich erst fliegen können oh nö 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 nöt zumos ach ich habe so kleine enge räume mag ich überhaupt nicht ah toll super arschloch, blödes mich noch getroffen sinnfreierweise wieder rein ich müsste schon auch viel Glück haben oh Gott sei Dank das Glück wurde erhört was ist denn das jetzt ach so ja das ist das Buch schwarze Herzenmacht das wird ewig lange in der Aufladung Damage ab brauchen wir zur Zeit aber ich habe nochmal ein schwarzes Buch generiert ich komme jetzt mit ihm au hm raud renne ich da eigentlich jedes Mal genau rein Aua. Toll, hallo. Alter. Yay, infested. Für die Fly. Rage down. Noch nicht für die Fly. Aber wenigstens Schwingschutz. Das ist schon mal was. Weil ich schon kein Leben habe, habe ich jetzt Schwingschutz. Was sind denn noch drin? Achso, das ist ja das Buch. Das, wo ich nicht haben möchte. Sonst? Ne, gehen wir mal weiter. Ich habe 14 Münzen irgendwo. Ach. Arcade-Woom spawnen. Na, aber zu kommt einmal. Je, das war ja nicht schlecht. Das war mal was geniales. Puli-Fly noch mal. Jetzt haben wir schon vielleicht rum. Und Schutzeumfäge. Können wir auch gut brauchen. Bin ich ganz ehrlich. Ein bisschen Schutz brauchen wir vor Projektilen. Jetzt haben wir sogar eine Bombe gefunden. Das ist mir sonst zu stressig. Ich hätte die Spinnen nicht worden hätten können. Ehrlich. Ah, toll. Ja. Damit ist dieser Warn auch zu Ende. Ich lasse mich auf den Spaß. Ich mache nämlich immer nur so lang, wie ich lebe. Und das ist eine Viertelstunde meistens. 20 Minuten. Bis zum nächsten Mal. Euer Sefirot. Bis zum nächsten Mal.